Hallo meine Freunde, vielen Dank, dass du da bist, Steini, neues Vivi 2K22-GM-Rühnchen. Die vorletzte Folge hier auf dem Kanal. In der nächsten Folge werden wir den GM-Mode beenden. Wir haben jetzt nicht mehr viele Wochen vor der Brust. Heute gegen ca. 16, 17 Uhr. Wenn wir im Stream den GM-Modus beenden, wer live dabei sein möchte, wisst ihr hier Bescheid. Ansonsten wird es die nächsten Tage dann das Ende hier auf dem Kanal kommen. Dann haben wir die 50 Wochen durchgewuppt gekriegt. Das ist ein Auf und Ab auch in dieser Folge. Würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Daumen nach oben, wer Träumchen und... Aber auf dem Kanal, falls ihr noch kein Star gelassen habt, würde mich auch sehr drüber freuen. Ich denke, wir werden danach in die Karriere mal rein sliden. Mal schauen, wie es ist. Eventuell auch das eine oder andere Match im Stream mit unserem Charakter. Vielleicht können wir eine Allianz mit Elrille starten. Muss ich mal schauen. Elrille Junior, viel mehr. Aber all das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Sorge dafür, dass Murphy in dieser Woche kämpft. Veto gegen Cham. Den nehmen wir mit. Veto gegen Cham-Chat nehmen wir mit, oder? Müssen wir Murphy ranlassen. Wir wollten Hogan und Dings, ne? Hogan Triton wollten wir ansetzen, ne? Aber da müssen wir erstmal die Fäde irgendwie hinkriegen. Wir haben jetzt noch Triton Kalisto. Ist auch noch nicht beendet, ne? Machen wir die Tag-Team-Fäde erstmal hier Dings. Weil dann haben wir Murphy drin. War doch richtig, oder? Dass Murphy in dieser Woche kämpft. Ja, dann haben wir somit abgehakt. Hätten wir jemand Neues? Wir haben Sascha Banks verloren, ne? Boah, Dakota Kai fühle ich gar nicht. Hier fehlen mehr Diven. Finde ich. Ich finde hier fehlen Diven. Hier kommen immer nur die drei gleichen, ne? Gibt auch nicht so viele Diven wie männlich, muss man sagen. Boah, schon. Äh, Molly Holly hättest du mit reinnehmen können, aus meiner Sicht. Die Bella Twins hättest du mit reinnehmen können. Paige. Lita. Jacqueline hättest du mit reinnehmen können. Da gibt's schon ein paar. Lana ist drin. AJ Lee ist so eine Frage halt, ne? Michelle McCool, die Frau von Manatek, hättest du auch safe mit reinnehmen können. Tausendprozentig. Ronda Rousey kommt noch rein. Ronda Rousey kommt. Sable hättest du mit reinnehmen können. Frau von, äh, von Lesnar, ne? Meine ich, oder? Haben wir, glaube ich, ein bisschen einfacher. Normal würde ich Best Phoenix holen, aber ich glaube Spezialistin fahren wir, fahren wir ein bisschen ruhiger mit, ne? Und die kannst du halt auch gegen alles stellen. Ich lass Triton die Woche nicht. Der kriegt von mir eine Wohltätigkeit. Ja, wir brauchen eine Fede und Elias muss halt langsam auch mal wieder, ne? Wir nehmen den Call. Elias muss jetzt langsam mal wieder aufhören, Gitarre zu spielen. Raw auch überhaupt nicht stark. Ja, guck mal, wie Raw auch reingekackt hat, Alter. Zeig doch mal, Matchholz machen wir immer nur zu Großveranstaltungen. Sonst zieht sich das einfach zu lange. Egal, wir haben Veto, Veto für Champ. Veto für Champ mitgenommen. Wir bleiben Erster. Alles gut. Wir haben gut, wir haben gut Puffer. Etwas, das ich so lange sagen wollte, Boss. Mir reicht's immer nur, den Bösen zu spielen. Ich will, dass die Fans mir zu... Das bringt mir nichts, wenn der Face ist. Da können wir die Fede gegen Hogan vergessen. Dann machen wir einen Double Turn. Da wird halt eigentlich eher Hollywood Hogan besser zu passen, aber dann kriegen wir die Fede nicht durch. Wobei die Fede ist... Boah, wenn ein Hollywood Hogan da wäre, wäre Killer, ne? Hollywood Hogan wäre jetzt Killer. Bitte, 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 bitte. Yeah, Mann! Oh, Jeff Hardy! Hat nur auf Superstars mit weniger als 60 Beliebtheit angehört. Plus 15 Beliebtheit? Lol! Planten, die ist einfach eine Eingreifung. Das werden wir aber mitnehmen. Das werden wir so mitnehmen. Scheiße, wenn ich hier den Dingswechsel mach, dann ist doch kacke. Wenn ich hier den Ausrichtungswechsel mach, kann ich den noch setzen? Nee, ne? Fuck! Wer ist es gewesen? Eingreifen durch Lesnar! Bam! Das wird eine eklige Woche werden. So, wer... Wen brauchen wir für die nächsten... 75... Hier geht wieder alles von der Ausdauer, ne? Nee, Triton... Triton nur eine Dings geben. Promo, dass er sich erholt. Ja, jetzt hätten wir Wellness auf Kalisto machen können. Stimmt. Machen wir gleich. Was gibt's, Bruder? Oder... Er ist genauso bewegst wie eine Chance, ne? Den hätte ich gerade gebraucht. Triple H hätte ich gerade gebraucht. Der ist nicht zu spät. Drei verschiedene Takers zur Auswahl. Auch nicht schlecht. Red Flame gegen Triton. Ja, aber dieser Red Flame existiert nicht mehr. Boah, komplett eine Stufe nach unten, ne? Scheiße! Der Red Flame existiert ja nicht mehr in dem Modus jetzt hier. Wir haben nichts mehr für den. Wir wollen Triton gegen den. Das macht aber keinen Sinn. Weil beide Faces sind. Und... Ich würde nur Hollywood Hogan als Heal führen. Hulk Hogan als Heal. Ist der nicht sein Heal-Gimmick? Veto? Kostenlose Werbung. Von dieser Woche einer der unbeliebtesten. Ich glaube, ich gehe lieber auf Save mit dem hier rein. Im Main Event. Wobei, die haben auch schon 4-4, ne? Jetzt kommt der angedackelt hier, weißt du? Ja, 60%. Dann holen wir Austin gegen Lesnar. Real-Life-Kampf. Absolute Katastrophe. Mit eines der schlechtesten Matches, die ich je gesehen habe. Aber... Vielleicht funktioniert das ja hier, ne? Man weiß es nicht. Ich muss den Ausrichtungswechsel mitnehmen. Ansonsten ist für den Arsch. Ja, ja. Wir müssen den Turn nehmen, damit die Fade beendet werden kann gegen Triton. Was anderes macht keinen Sinn, leider. Ich habe im Piss, da kommt ein Veto und wir werden am Arsch sein. Ayla kommt wieder. Wir hatten das Match, wir hatten das Tag-Team-Match, wir hatten Triton. Wir hatten 3 Matches Save. Lesnar gegen Colt werden 4. Plus das Diven-Match werden 5. Wenn die uns nichts wegnehmen. Aber ist gut. Ist gut. Mitte, Mitte rein scheißen ist gut. Haben wir noch nie gehabt, ne? Haben wir noch nie. Ich habe noch nie einen Sterne-Match gehabt. Noch nie. Noch nie gesehen. Haben wir aber gut gedings. Das passt schon. Ist aber in Ordnung. Klar, Mid-Card komplett reingekackt. Aber gutes Booking. Kein Triple H. Kein Triple H. Kein Triple H. Kein Triple H. Zack. Dann nehmen wir das raus. Weil das kann ich nicht abgeben hier. Das geht nicht. Und wir können nicht ohne Diven-Match hier rangehen. Das ist auch komplett Panne. Mach ich Lesnar aus den raus. Dann bauen wir das auf für die nächste Großveranstaltung. Prome können wir machen. Das ist guter, 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 guter Call. Dann nehmen wir hier den optionalen Bonus mit. Und jetzt muss ich noch Feuerprobe. Oder wir starten da mit rein. Weil ich bin mir hier unsicher. Wir machen das und machen das so. Weil ich glaube, das wird ein Selbstläufer. Eigentlich das TLC, oder? Ersten Kampf. Muss man eigentlich gucken, ne? Weil viel passieren kann, ne? Tidididi. Habt ihr denn noch keine Leiter drin? Es ist da noch keine Leiter drin. Wird denn da so ein langer Entrance Cross? Ihr könnt spontan noch eine Wette machen, wenn ihr wollt. Wer gewinnt? Was war denn mit der Leiter los, Alter? Was ist denn? Zuschauerkamera ist einfach nur, wenn du im Publikum sitzen würdest. Ist nicht so geil. So. So scheiße. Riddle einfach Shawn Michaels der Neuzeit? Wat? Riddle hat so absolut 0,0 von Shawn Michaels. Shawn Michaels der Neuzeit ist Adam Cole, Alter. Und das war er auch. Ned Riddle. Shawn Michaels der Neuzeit, Michael. Hat Adam wieder 2-3 gezogen da, ne? So wie der den Koffer da runter holt, Junge. Meine Herren. Hörer vom Weg. Kieran Cross auch vielleicht mal vor dem Match die Kontaktlinsen reinpacken, ne? Dann fängst du ihn auf. Was macht der denn da? Das ist gar nicht Kieran Cross. Das ist eigentlich Stevie Ronda da im Ring. Und die Leiter liegt so gut. Wieso liegt da keiner draußen? Das war er, ne? Oder? Ja, ne. Ist doch zu viel. Ist doch zu viel. Burs, was machst du denn da oben? Leute, da kommt irgendwie ein Flickflack, Alter. War ja total unspektakulär, ne? Vollkommen zurechtkassiert den Slam. Murphy kann auch. Gönn dir mal 3 Wochen Wellness, Bruder. Das war das doch. Ende. Ende. Orton macht das zu jetzt. Da ist niemand da. Ja, einen noch. Oh! Oh, was macht der denn da? Ja, Ende. Ich wollte schon sagen. Heal-Team gewinnt. Ich weiß nicht, wie die Wette war bei euch, ne? Keine Ahnung. Also wer, wie, was, äh... Wo die Mehrheit drauf war. Viereinhalb. Geht fit, ne? Geht fit zum Start. Man kann nicht immer 5 Sterne. Viereinhalb ist schon gut. Komm, macht was Gescheites. Ah! Ich spiel das selber. Ich hab ne Streak. Ich hab noch keinen Kampf verloren. Fühlt sich aber anders an, ne? Ich hab noch ein gutes Moveset, ne? Ah, in Suigili, Alter. Ja, richtig gutes Moveset. Och, lass doch die Leiter da stehen. Sag mal! Ja. Kommst nicht vorbei. Die rennt jetzt nicht ernsthaft einmal komplett aus. Nummer 1. Neuer Tisch. Wir brauchen einen neuen Tisch. Komm, 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 komm. Sprich! Was dauert das so lange? Komm, 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 komm. Geh doch rein! Ich hab jetzt da den Stuhl hingemacht. Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du nicht ausdenken? Die ist so ne Scheiße! Oha! Sag, was kann man denn hier hin? Lol! Oha! Ja, 2K Trendy hab ich nicht gespielt, deswegen. Ich könnte hier nicht lang klatschen. Haha! Ich geh nach Hause, hab keinen Bock mehr. Ich geh. Ist mir zu blöd, ich hau ab. Komm, wir gehen beide. Reicht mir jetzt. Immer diese sinnlose Gewalt hier im Video. Ja, sicher! Und weiter geht's! Äh, hallo? Hallo? Ich kann nicht blocken. Ah, jetzt. Wie groß ist denn hier Backstage? Ist das groß? Ah, geil! Hier, richtig! Ich muss meine Promo halten. Immer an die Kamera, da, los! Fernseher an! Du machst den Scheiß-Fernseher an hier jetzt! Hier bin ich nämlich! Micky, wir haben eine Promo am halten hier, du. Fernseher an, los! Ah, hier, Eishockey-Ding, ne? Hihihi! Da ist ein Tisch, den nehmen wir doch mit. Nein, 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 hoch! Hoch, hoch! Ey, geh hoch! Sag mal! Ich kann nicht, ich kann, ich hab keinen Block, nichts! Da bin ich aber wieder! Na, ich mach den Scheiß-Move! Und ich mach ihn schon wieder, weil ich dumm bin! So, dann gucken wir mal weiter hier. Machen wir mal eine Roomtour, ne? Parkplatz hier unten? Da kannst du... Wie groß ist denn das? Echt riesig, ne? Auf, irgendwie aufstehen. Scheiße! Scheiße! Bruder, das war meine allerhöchste Eisenbahn jetzt. Nein, 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 wieso machst du sowas? Ich will dir hier unser Backstage-Bereich zeigen, die schmeißt mich da runter. Ey, 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 warte, wieso so schnell? Ich hab jetzt nicht ernsthaft gejubelt und verliere deswegen jetzt, oder? Oh mein Gott! Steh auf, steh auf! Raus, irgendwas! Hallo! Ja, erstmal raus, okay. Ist gerade so da, ne? Komm rein! Habt ihr gedacht, ne? Ey! Nein, 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 kein Karma, kein Karma, kassier bitte, kein Karma, bitte, kein Karma! Nein! Mach nicht so! Mach nicht so! Mach nicht so, kein Karma, kassier bitte! Hallo? Ich möchte am Spiel teilnehmen, bitte! Irgendwie, komm, ey, 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 komm! Gierschlund, ey, ey, ich wollte dir noch einen Finisher geben! Einen wollte ich noch geben! Die hat eigentlich noch einen verdient gehabt! Weil die genervt hat! Ah, ja! Immerhin! Keiner zu Hause, ne? Ist keiner da für eine Promo bei den Jungs hier? Matchcard auch sehr gut, ne? Oder? Fühlt ihr die Matchcard? Gott, haben wir die genommen! Unglaubliches Booking, weiß ich nicht. Mal gleich noch einmal kurz die Matchcards vergleichen. Ich dachte, da hätte sie noch einer Dings für mal. Da hätten sie noch ein paar Leute verletzt oder so, ne? 200.000 plus. Komm, Raw macht Minus. Wir bleiben auf 1. Wie zu erwarten eigentlich. 85! Wir sind weit vor... Budget, 4,3 Millionen. Boah, sind wir weit vorne. Raw besser. Da spricht der Frust aus euch raus. Das ist der Frust, der bei euch rausspricht. Mal überlegt, die Schwierigkeit von Mittel auf schwer zu stellen. Wenn es Hendrix ist, ich spiele auch auf schwer, mein Junge. Persönlich kann ich verstehen, warum jemand eher NXT als Raw guckt. Über Geschmack lässt ihn wohl streiten. Ja, guck dir die Matchcards an, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir nicht reinziehen. Liv, was soll ich dir erzählen? Könnt ihr jetzt sagen, da hat jemand anders reingeschissen. Wirklich die höchste Stufe, finde ich, auf Match Settings. Ist der GM-Modus wirklich... Der GM ist auf der höchsten Stufe, ja. Ich mach's wieder gut, okay? Ecke passt, ne? Für Liv sind wir, quasi. Ja, ich will auf ihrer Seite sein. Ah, das kannst du machen. Ja, glaub ich schon. Guter Start. Hab hier, glaub ich, Kacke. Ja. Diesmal achte ich auf die Leiste, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dein Ingame aussieht, ne? Anzeigebild ist ja immer... Kann ja immer gut aussehen. Boah, wie gut sieht dat denn aus? Voll gut. Richtig gut aus, ne? Krieg ich nochmal ne Nahaufnahme, hallo. Hubsache ohne Shirt rauskommt, jetzt ein Zrack. Hab ich mir von den Fans genommen, ich bin Fan-Nah. Weißt du, hat einer gesagt, hier hab ich für dich mitgebracht. Die sagen, gib her, ich zieh dat an. Das sieht schön aus. Per dat Hemd, ist kalt, ist ja Outdoor. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass ich als GM Open Air gebucht hab. Ihr seht doch den Himmel da. Ist draußen, ist kalt. Ha! Ringenrichter, hallo. Komm mal her, wo gibt denn hier was zu trinken, sag mal. Sehr gut, machst du dat? Sehr gut. Sehr gut. Ich hab einen guten Job gemacht, Jungs. Ast rein, hab ich dat gemanagt von da draußen. Wo bin ich da? Gib mir den Titel her, sofort. Komm doch in den Ringen rein, hol dir deinen Ruhm da ab. Das gibt's ja gar nicht. Da, Ringenrichter, guckst du dir an. Vom Wegen. Vier. Vom Wegen, drei. Alles, weil wir angefeuert haben, Jungs. War gut. Lass lustig sein, wenn ja, ich lache nicht. Wir werden sehen, wie lustig es ist, wenn es Zeit wird, meinen Vertrag neu zu verhandeln. Oh, Gott. Mit Ausdauer eins würde ich hier nicht so große Töne spucken, Fräulein. Machine Gun Kelly kommt auch, ne? Machine Gun Kelly kommt rein. Logan Paul kommt, glaub ich, noch rein. Ey, das kann richtig geil werden, ne? Ey, Micky, was geht bei dir? Alles klar, oder was? Micky, wie geht's dir? Da wird das Match einfach mal abgesprochen, ne? Hast gedacht, du kannst dir denn wiederholen den Titel, ne? So nicht. Der Ton macht die Musik. Und die Musik mach ich. Bums, aus. Vader wär auch geil. Vader wär richtig gut. Ich bruche in dieser Woche mindestens ein TLC-Match. Ja, sicher. Am 26. April kommt das erste DLC. Mit den neuen, ne? Yokozuna. Doink. Machine Gun Kelly. Ich weiß gar nicht, wer da noch bei war. War da Lita auch bei? Yokozuna, Omaga Rikishi. Oh, muss. Perfekt. Wer braucht den? Casey, Kantanzaro. Das sind die vom ersten DLC. Okay. Die ersten drei sind geil. Das war danach. Rob Van Damme wär auch Baba, Alter. Rob Van Damme wär auch richtig geil. Klassiker. Schön. Okay, die Fede müssen wir jetzt aufbauen, ne? Ausgezeichnet. Simulieren. Gute Show. Sehr, sehr gute Show. Geht an uns die Woche, ne? Unglaubliches Booking. Willst du sagen, dass man in dem Spiel auch über längere Zeit beschäftigen kann? Oder ist das nur für ein paar Sessions gut? Kannst du ja noch andere Modis machen, ne? Du musst ja nicht nur den Modus, äh... Ist zwar einer von vielen, ne? Wie, 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 wie? Dann geh doch! Mann! Lass mich, der Mendy... Ich bleibe nur, wenn du... Nein, tut mir leid, Mandy. Tut mir leid. Ich hab ne neue jetzt. Auf Wiedersehen. Ich hab ne neue, Mandy. Mein Gott. Hast du noch mitgekriegt, oder nicht? Jetzt macht ihr hier nicht auf, äh... Gekränkte Ex-Freundin. Mein Gott, so ehrlich. Geh aber, geh leise. Du hast gesehen, wie viel Arbeit ich bisher investiert, aber ich weiß, dass ich noch mehr... So sicher. Ich bin bereit, am Match mal Hobby-Meldung, aber ich weiß nicht, ob ihr Fans... Was? Bei der Show können wir das machen. Storm gegen morgen. Wie lange ist denn Dings noch? Warte mal, haben wir nicht noch ne... Scheiße, jetzt fehlt ne Reha-Karte, ne? Aber Mickie James müsste bis zum großen Event wieder Dings sein, ne? Aber das ist ein Modus, mit dem kannst du so viel machen. Du könntest auch alle vier Brands, dass du online mit vier deiner Kollegen... Jeder nimmt einen Brand und du zockst zu viert. Jeder mit seinem eigenen Brand gegeneinander. Es wär so gut, ne? Oder auch an einer Konsole selbst. An einer Konsole kannst du ja mit zwei Leuten. Das geht ja auch schon. Das wär so geil. Ah, und durch mehr Match-Möglichkeiten würden ja dann Titel kommen. Ein Match mehr müsste hier rein, aus meiner Sicht. In der Woche vier Matches. Vier Matches, drei Promos. In den Weeklys. Und dann halt Intercontinental oder zumindest die Tag-Team-Titel mit rein. Wenn du die Mitteilung nicht mit reinnehmen willst, Intercontinental, European oder so... Dann wenigstens die Tag-Team-Titel müssen rein. LOL! Funktioniert! War wieder eine gute Woche. So, langsam machen wir den Dreh ein bisschen raus, ne? Mitte geben wir ab. Aber Startende sind wir da. Fertig mit NFC, wenn wir uns... Ja, komm, geh doch. Dann musst du gehen. Dann sind wir schon so mit zu versauen. Geh doch. Mike, ich geb dir noch eine Chance, Junge. Sie ist wie die Ex-Freundin, ne? Sie ist wie die Ex-Freundin, die die Ansagen schwingt. Dann denkst du, ja, dann geh doch jetzt. Ja, ich geh. Ich bleib nur, wenn du jetzt nochmal versuch... Ich will nicht versuchen. Okay, ich geb dir nochmal eine Chance. Mädchen. Wenn wir in... Wenn wir zwei in den nächsten Wochen eine kleine Partnerschaft eingehen würden. Du gibst mir Rückendeckung und ich dir. Haben wir das schonmal gemacht. Bin dabei. Wir haben es so angefangen, wir werden es so beenden. Wieder gegen Micky. Wir machen es wieder gegen Micky. Wir werden es wieder gegen Micky machen, das Eingreifen. Wir könnten nochmal Lesnar Orton bringen. Wir werden die Match-Card... Wir gehen jetzt mal das Risiko ein, dass wir reinscheißen werden. Wir gehen jetzt die Woche mal Risiko ein, dass wir ein bisschen reinscheißen. Weil ich kann nicht... Wir können Dings nicht bringen. Risiko ist zu hoch. 39, 32 ist zu viel Risiko. Die Woche geben wir mal ab. Aber beim Main-Event werden wir da sein. Wenn die keine Vetos einreichen, ne? Raw kriegt auch nichts geschissen gerade, ne? Jetzt müssen wir wieder performen. Macht es Sinn, das zum Start zu hauen als normales Match? Ich würde auch eher mit Kart tendieren, dann, ne? Und ich habe keine Extreme-Rules-Karte. Ich habe nur für die beiden Karten. Deswegen der Opener hier, da werden wir auf Fresse mitfallen. Ich würde sagen, wir gehen so rein. Und danach sind die letzten 10 Wochen, ne? Spannend, ob das funktioniert, ne? Guter Call-Magic. Was die Karte ausmacht, ne? Ist verrückt. Ich sage nur, warum du John Cena nicht magst. Ist für mich einfach kein guter Wrestler. Unterhält mich einfach nicht. Aber ich habe nichts gegen den persönlich, so. Wenn der in irgendwelchen Filmen mitspielt, so, finde ich das jetzt nicht schlimm. Roman Reigns gleiches Problem wie bei Cena bei mir. Ich mag diese Mainstream-Top-Guys einfach nicht. Die einem so aufgezwungen werden, irgendwie. Geh mir mit Reigns, so, ja, das habe ich bei beiden. Weil die mir aufgezwungen werden, so. Ich mag sowas nicht. Ich, bei den beiden möchte dir die WWE keine Wahl lassen, ob du den magst oder nicht. Und sowas fühle ich halt gar nicht, ne? Ich lasse mir nicht gerne Dinge vorschreiben. Und das kommt mir bei den beiden so vor. Als wenn die WWE mir vorschreiben will, du musst Roman Reigns mögen. Jetzt gerade Heal, aber du musst den feiern, dass der Heal ist. Und du musst John Cena feiern. So, das ist, bin ich gar nicht empfänglich für sowas, ne? Das hättest du auch als Main-Event bringen können, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ja! Oh! Puh! Drei Fünfer haben wir wieder gehabt, ne? Ist wieder so eine Eigenwerbung Mahal, Alter. Da mit dreieinhalb rein. Eine viereinhalb sogar, ne? Was ist das denn für eine Fede? Wer kommt denn auf sowas? Als Ziel läuft der gerade wie am Schnürchen trägt. Die WWE gerade meiner Meinung nach auf den Schultern. Reigns, der ist halt Auslegungssache. Ich gucke mir keinen Kampf von Reigns an. Ich finde jeden Kampf langweilig mit dem. Jeden. Weil du jeden Move callen kannst, den er bringt. Aber das ist Geschmackssache, ne? Vom Wegen! Zwei Sterne! Bester GM da. Jinder Mahal noch mit der Promo. Perfekt. Das war so die Phase von der Show, wo du pissen und kacken gehen konntest. Und du nebenbei noch eine Pizza Margherita XXL bestellen konntest. Und wenn du wiedergekommen bist, ist der Jinder Mahal gerade aus der Halle gegangen. Und du konntest wieder dich hinsetzen. War es entleert und gefüllt zugleich. Das wird funktionieren. Würde mich nicht wundern, wer das auch fünf Sterne hat. Wundert mich nicht. Die geht an uns, die Show. Keine Verletzungen, nix. Knapp 100.000 plus. Das kann sich ganz schnell drehen. Wir haben noch zwei, zwei Pay-Per-Views vor der Brust. Mein Vertrag läuft Ende der Woche aus. Ja, deine Fede sollte eigentlich auch auslaufen. Aber das Ding ist halt noch nie durch, ne? Mein Vertrag läuft... Murphy habe ich keine Verwendung mehr für. Geben wir ab. Ist Riddle Orton beendet? Ist beendet, ne? Aber da schauen wir... Da schauen wir am Dienstag oder Mittwoch nach, Jungs. Ich mach... Ich mach Finish. Die letzten zwei Wochen, die heben wir uns auf. Beziehungsweise die letzten... Zehn Spielwochen. Das ist ja nicht mehr... Ist ja nicht mehr viel. Zwei Pay-Per-Views sind es. Aber da können wir da nochmal alles reinlegen. Also, macht's gut. Lasst euch nicht anquatschen. Ich bedanke mich. Tschuhuus.